In meiner selbstgebauten Rakete aus Papier, als große Astronauten, als Notfahrt-Rassagier. Wir fliegen zum Mond, mit meinem Raumschirm. Auf geht's zu den Sternen, das sechste Beinchen ist der Lohn. Ich bin Anni und das ist Peter Eichen, mein Bruder Peter. Fliegen wir hinaus, ein Stern in Schnuppenregen, der macht uns gar nichts aus. Und kommt, ihr beide müsst sofort ins Bett. Oh nein, oh nein. Aber das geht nicht. Ja, wir müssen zum Mond. Der Sumsemann braucht doch sein Beinchen wieder. Wir werden viel lernen, auf unserer Mondmission. Ja, der Weihnachtsmann ist eine Frau. Was dachten Sie denn? Immer dieser Sexismus. Ja, er hält ne Prügel. Sein Schritt für einen Käfer, aber ein großer Schritt für den Sumsemann. Auf geht's zu den Sternen, das sechste Beinchen ist der Lohn. Wir werden viel lernen, auf unserer Mondmission.